Die Entscheidung war keine Überraschung. Frank-Walter Steinmeier bleibt Bundespräsident. Die deutliche Mehrheit der Bundesversammlung hat für eine zweite Amtszeit gestimmt. Ich bin gespannt auf die Einschätzungen von Steven Geier aus dem RND-Hauptstadtbüro. Hallo Steven, ich grüße dich. Hallo. Also 1045 der 1472 Delegierten haben für Steinmeier gestimmt. Was machen wir mit dieser Mehrheit? Wie deutlich war es denn am Ende? Es war die erwartete deutliche Mehrheit. Du hast es schon gesagt, wenn man der Kandidat ist von den Regierungsparteien SPD, Grünen, FDP und von CDU und CSU, dann hat man eine so satte Mehrheit im Rücken, dass da eigentlich nichts schief gehen kann. Und so ist es auch gekommen. Es gab gut 100 Abweichler sozusagen zwar. Das ist aber natürlich ein Luxus, den Frank-Walter Steinmeier verschmerzen kann. Da haben ein paar Leute gestimmt für die Kandidatin der Freien Wähler, Frau Gebauer, und auch etwas mehr als die linke Wahlleute mitgebracht hat für deren Kandidaten, Herrn Trabert. Anders als viele gedacht hatten, gab es kaum zusätzliche konservative Stimmen für den AfD-Kandidaten. Er hat nur sieben Stimmen mehr bekommen, als die AfD-Wahlleute hatte. Insofern war das für Frank-Walter Steinmeier angenehm. Er hat seinen Herausforderungen gedankt, Herrn Trabert sogar namentlich erwähnt und zur weiteren Zusammenarbeit eingeladen. Also ein schöner Sonntag für Frank-Walter Steinmeier. Es war ja eine sehr kuriose Wahl, vor allem aufgrund dieser Corona-Bestimmungen fand das Ganze ja im Paul-Löbe-Haus statt. Am Ende mussten sogar 73 Nachrückerinnen und Nachrücker mit in der Bundesversammlung dabei sein und an die Wahlurne treten. Dadurch war es ja wirklich eine kuriose, turbulente Veranstaltung insgesamt. Du warst mit vor Ort dabei. Wie hast du es erlebt? Also für uns hat es nicht turbulent gewirkt, tatsächlich. Es war Ausnahmezustand. Die Bundestagspräsidentin, die die Bundesversammlung geleitet hat, hat das auch betont daran, dass, wenn wir alle nicht so schnell vergessen, hat sie gesagt, das Paul-Löbe-Haus, wo der ganze Staatszirkus ja hin umziehen musste, ist so ein großes Büro- und Sitzungssälehaus mit mehreren Etagen, die in einen Innenhof blicken. Und quasi in diesem Innenhof war dann das Plenum nachgebaut und aber auch auf den Balkons haben Leute zugeguckt, um anderthalb Meter Abstand zwischen den Stühlen hinzukriegen. Also das war schon ein besonderer Anblick. Frau Baas hat gar nicht die Abstimmung genau im Blick haben können, weil auf den Balkon in den Sitzungssälen gewählt wurde. Das wurde ihr dann zugefunkt und sowas. Also gemessen daran, muss ich sagen, war es eigentlich sehr, lief sehr geordnet ab, überhaupt nicht turbulent. Aber natürlich, es war Corona-Ausnahmezustand. Das hat sich übrigens auch bei den Wahlleuten gezeigt. Da hatten viele Parteien Pflegekräfte, Virologen, Virologinnen eingeladen. Also neben den üblichen Prominenten aus Kunst und Sport waren diesmal auch zum Beispiel Christian Drosten dabei und der Intensivpfleger Ricardo Lange. Das gibt es ja auch nicht alle Tage. Angela Merkel war auch da, Gerhard Schröder wiederum. Der Ex-Kanzler war nicht dabei für die SPD. Da sind wir relativ schnell nochmal bei dem, was aktuell in der Welt passiert. Die Ukraine-Krise, die war auch Thema bei Frank-Walter Steinmeier in seiner Antrittsrede. Er hat viel über die aktuelle Lage in Deutschland gesprochen, aber er hat auch Wladimir Putin und Russland nochmal erwähnt oder hat auch nochmal dort hier Worte in diese Richtung gerichtet. Ist das jetzt vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass Steinmeier in seiner zweiten Amtszeit ein bisschen mehr klare Kante zeigen wird? Das könnte sein. Also tatsächlich auffällig ist ja, die Altkanzlerin war unter den Wahlleuten. Die CDU hat sie nominiert. Der Altkanzler war nicht da. Das kann man sich schon damit erklären, dass die SPD da in der Russland-Frage ja zerrissen ist. Und da, gemessen daran, hat Frank-Walter Steinmeier wirklich sehr deutliche Worte gefunden. Er hat Putin direkt angesprochen. Er sagte, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Er hat auch ganz klar gesagt, wir sind Teil von NATO und EU und so. Also das konnte man schon durchaus als Warnungen verstehen. Und tatsächlich, das war Klartext. Er ist allerdings nicht ganz untypisch für Steinmeier. Erstens nicht in der Russland-Frage und zweitens schon seine letzte Antrittsrede. Er hatte ja mit so außenpolitischem Klartext begonnen. Er hat ja nämlich damals den türkischen Präsidenten Erdogan direkt angesprochen, aufgefordert, dass er Deniz Yücel, den Journalisten, freilassen sollte. Und trotzdem waren dann in der Amtszeit nicht immer so deutliche Worte, dass da viele unbedingt hängen geblieben sind. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, er hat das Echo, dass es vor seiner Wiederaufstellung durch ihn selbst und auch jetzt, als sich abgezeichnet hat, dass er es wohl werden wird, hat er wahrgenommen, wo viele gesagt haben, wir wünschen uns etwas mehr Mut, etwas mehr Überraschung. Und er hat natürlich neben den beiden Krisen, die wir schon erwähnt haben, Corona und Russland, auch die Klimakrise angesprochen. Er ist ja auch von den Grünen gewählt worden und hat da gesagt, die Demokratie hat immer noch die besten Lösungen gebracht. Verteidigen wir die gegen Populismus und seien wir optimistisch. Und sozusagen den Mut, den sich viele von ihm gewünscht haben, hat er weitergegeben und hat gesagt, seien wir nicht ängstlich. Die Demokratie bringt die besten Lösungen. Packen wir die Zukunft bei den Hörnern. Also vielleicht tatsächlich ein neuer Sound. Tatsächlich klingt es. Danach mal gespannt, was davon dann hängen bleibt. Steven, vielen Dank aus dem R&D-Hauptstadtbüro. Grüße nach Berlin. Grüße zurück. Also, Frank-Walter Steinmeier tritt seine zweite Amtszeit an. In diesem Jahrtausend ist er damit erst der Zweite nach Horst Köhler, der dann ja 2010, kurz nach seiner Wiederwahl, den Rücktritt angekündigt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.